Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 13. November zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Elex 2 hat endlich einen Veröffentlichungstermin und erhält zudem eine 150 Euro Collectors Edition. Wie Publisher THQ Nordic und Entwickler Piranha Bytes bekannt gaben, dürfen wir Anfang nächsten Jahres wieder zurückkehren, denn Magalan braucht dringend einen Helden. Der Release für unsere Heldentaten in Elex 2 ist der 1. März 2022 und das Spiel erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Setzt am besten jetzt schon das Spiel auf eure Steam Wunschliste, um den Entwicklern zu zeigen, wie sehr ihr darauf brennt. Wer jedoch das Spiel in physischer Version kaufen will, für den ist eventuell die Collectors Edition etwas. In ihr enthalten ist natürlich das Spiel, aber zudem auch eine 23 cm hohe Albsammlerfigur, die uns zum Beispiel richtig gut gefällt. Der Original Soundtrack, ein offizielles Artbook, ein Stilbook und ein Schlüsselanhänger kommen noch oben drauf. Zudem ist noch eine weitere Besonderheit in der Collectors Edition enthalten. Neben der Figur nämlich das Konzeptalbum Cassandra vom Chefentwickler Björn Pankratz persönlich. Am Mittwoch war es soweit. Die GTA Trilogy erschien. Und dann das. Rockstar Games kündigt via Twitter an, dass man die Server für den Rockstar Games Launcher kurz offline nimmt für Wartungsarbeiten. Doch die Downtime zog sich und zog sich und zog sich immer weiter hin. Bis Rockstar plötzlich den Verkauf der PC Version komplett auf Eis legte. Ein Blick in den Rockstar Shop zeigt, vor Redaktionsschluss können wir für PC keine Remaster Trilogy erwerben. Aber zurück zu den Servern. Mittlerweile zeigt auch Rockstar auf der Server Status Webseite eine Mitteilung, die zumindest für PC User nichts Gutes verheißt. Die Wartungsarbeiten betreffen leider alle Bereiche, die mit dem Starten, Aktivieren und Updaten eurer Rockstar Spiele in Verbindung stehen. Egal ob es sich hierbei um die Remastered Trilogy handelt, um GTA Online, Red Dead Redemption Online oder um den Launcher an sich. Zum aktuellen Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses für diese Videonews war leider noch kein Ende abzusehen. Kurz vor Jahresende erwartet uns noch eine spannende neue IP auf der Xbox Series und der Xbox One. Im Rahmen des Thunderfell World Event wurde uns ein neuer Trailer zum Xbox Exclusive The Gang präsentiert. Im knapp zweiminütigen Video stellt uns Fiona Nova, die Sprecherin von Rani, das Spiel vor und verrät dabei, was für sie besonders spannend an ihrer Arbeit für den Xbox Titel war. Das Actionspiel der SteamWorld-Macher soll am 16. Dezember erscheinen. Und zur Freude aller Game Pass Besitzer, The Gang erscheint ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass. Battlefield 2042 ist gestern am 12. November im Early Access für Besitzer der teureren Editionen und Abonnenten von EA Play Pro erschienen. Der eigentliche Release folgt dann auch am 19. November. Jedoch wird es zum Release keinen Start der Season 1 geben. Wie im Blogpost bekannt gegeben wurde, müssen sich alle Spieler gleichermaßen gedulden, da der Start der ersten Season erst mit neuen Inhalten 2022 sein wird. Doch keine Sorge, immerhin dürfen wir uns aktuell in der Pre-Season in Battlefield 2042 mit zeitlich begrenzten Modi und wöchentlichen Herausforderungen samt Belohnungen austoben. Was uns so in der ersten Season erwarten wird, das wird uns DICE und EA erst Anfang des neuen Jahres verraten. Diese Woche erschien für die Sims 4 mit blühende Räume das dritte Set im Rahmen der Season of Saves, beziehungsweise das insgesamt achte Set DLC für die Sims 4. Zudem soll noch ein weiteres dieses Jahr, womöglich Anfang Dezember, folgen. Ein größeres DLC wurde uns jedoch schon für dieses Jahr dementiert, wie wir vor wenigen Wochen schon berichteten. Was auch großartig jetzt keine Überraschung ist, haben wir doch schon Mitte November. Aber fürs nächste Jahr, da sieht es ganz anders aus. Im letzten Charity-Livestream von Entwicklern Maxis hat man sich diesbezüglich wohl verplappert. Maxis-Entwicklerin Jessica Croft stellte sich im Stream als Senior Game Designer und Lead Designer und ein Upcoming The Sims 4 Expansion Pack vor. Und diese Jobbezeichnung lässt vermuten, dass es sich hier wohl um kein kleines DLC wie ein Set handeln könnte, der lediglich ein paar Möbel und Kleidungsstücke beinhaltet. Das klingt schon eher nach einem größeren Erweiterungspack. Mal schauen, was uns Maxis im Januar ankündigen wird, da ja die Season of Saves nur bis Ende Dezember geht. In der Gaming-Branche sind einige Fortsetzungen so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein weiteres NFL, ein FIFA, auch wenn es einen neuen Namen bekommt, ein weiteres Just Dance oder auch ein weiteres Assassin's Creed. Und genauso sicher ist auch das nächste Far Cry. Und laut Insider und Journalist Jeff Grubb könnte Far Cry 7 ein richtiges Live-Service-Spiel werden. Genau wie bei Assassin's Creed Infinity. Also könnte im nächsten Far Cry-Ableger jede Menge Loot, Seasons, Skins, regelmäßige Updates und der ganze andere Scheiß auf uns warten. Einige Elemente sieht man ja jetzt schon in Far Cry 6. Wie ähnlich jedoch die Live-Service-Spiele von Ubisoft sein werden, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nur mutmaßen. Bezüglich Assassin's Creed Infinity wissen wir nur, dass es sich offiziell in Entwicklung befindet und von einem kommenden Far Cry wurde bisher noch nichts offiziell bestätigt. Ja, das waren sie. Die News der vergangenen Tage und an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Die nächste News-Folge, die gibt es dann wie immer am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao. Bis dahin bleibt gesund. Ciao.